Ich habe viele Freunde, die gerade in der Ukraine sehr schwierige Situationen erleben. Zwei meiner besten Freunde sind an der Frontlinie. Ich bin selten mit ihnen in Kontakt, aber ich versuche jeden Tag sie zu kontaktieren, ob sie am Leben sind und das ist wirklich schwierig, also für mich selbst und auch für die Familie meiner beiden Freunde, weil für die kann jeder Tag der Letzte sein und das ist wirklich schwierig zu beschreiben, weil ich bin gerade in Deutschland in Sicherheit, spiele Fußball und die kämpfen an der Frontlinie. Und das ist auch sehr, sehr schwierig für mich, mich auf den Fußball zu konzentrieren, auch auf die Spiele, auf die Trainingseinheiten, aber ich bin ein Profispieler und ich werde morgen rausgehen, mein Bestes geben. Und ich sehe das auch als eine andere Seite. Also mit diesem Benefizspiel helfen wir auch der Ukraine. Wir sammeln unsere Spendengelder und das hilft auch der Ukraine und meinen Mitmenschen im Land. Und das ist meine Arbeit. Und wenn ich mir helfen kann, wenn ich mir helfen kann, zu spielen, zu spielen. Vielen Dank.